Im Hotel. Haben Sie Zimmer frei? Wir suchen ein Einzelzimmer. Wir suchen ein Doppelzimmer. Wir suchen ein Doppelzimmer. Wir suchen ein Mehrbettzimmer. Wir suchen für heute Nacht ein Privatzimmer mit Frühstück. Wir hätten gerne ein ruhiges Zimmer, das nach hinten geht. Alle unsere Zimmer haben ein eigenes Bad. In all unseren Zimmer gibt es einen Wasserkocher, Tee und Kaffee. In all unseren Zimmer gibt es einen Wasserkocher, Tee und Kaffee. Ist das Frühstück inbegriffen? Ist das Frühstück inbegriffen? Wir haben eine Reservierung. Wir haben eine Reservierung für drei Nächte auf dem Namen Meier. Wir haben eine Reservierung für drei Nächte auf dem Namen Meier. Können Sie bitte das Anmeldeformular ausfüllen? Können Sie bitte das Anmeldeformular ausfüllen? Können Sie bitte hier unterschreiben? Können Sie bitte hier unterschreiben? Wie wollen Sie bezahlen? Wie wollen Sie bezahlen? Das Zimmer wurde über das Internet gebucht und im Voraus bezahlen. Das Zimmer wurde über das Internet gebucht und im Voraus bezahlen. Warum brauchen Sie meine Kreditkarte? Warum brauchen Sie meine Kreditkarte? Wenn Sie bar bezahlen, brauche ich Vorauskasse. Wenn Sie bar bezahlen, brauche ich Vorauskasse. Das Zimmer ist noch nicht fertig. Check-in ist ab 14 Uhr. Das Zimmer ist noch nicht fertig. Check-in ist ab 14 Uhr. Kann ich mein Gepäck da lassen? Und wie viel Uhr ist das Frühstück? Sie finden die Frühstückskarte in der Mappe auf Ihrem Zimmer. Sie finden die Frühstückkarte in der Mappe auf Ihrem Zimmer. Wo ist der Aufsuch? Wo ist der Aufsuch? Wo ist der Lift? Wo ist der Lift? Wo ist der Fitnessraum? Wo ist der Fitnessraum? Wo ist der Wellnessbereich? Wo ist der Wellnessbereich? Was ist das Passwort für das Internet? Wie ist das Passwort für das Internet? Haben Sie einen Stadtplan? Haben Sie einen Stadtplan?